Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute haben wir ganz einen prominenten Gast bei uns. Es ist Jürgen Röthlisberger, der Olympiasieger 1980 und der Gewinner der Goldmedaille im Judo. Ist es nicht so, dass man als Sportler besonders darauf schauen muss, was man isst und trinkt? Jürgen Röthlisberger, Sie und viele andere Sportler trinken Rivela. Warum gerade Rivela? Weil es eine ideale Zusammensetzung hat. Ja, was heisst jetzt das, ideale Zusammensetzung? Das Rivela ersetzt nicht nur Flüssigkeit, sondern gibt einem wichtige Mineralsalz und weitere notwendige Stoffe zurück, die der Körper beim Schweizer verloren hat. Und gilt das nur für Sportler? Nein, das gilt für alle. Rivela ist gut, gesund und löst erst noch den Durst. Prost miteinander. Und auch die, die so schön den Hang runterkommen, geben Rivela den Vorzug. Es ist unsere Schweizer Ski-Nationalmannschaft. Aber wie Jürgen Röthlisberger schon gesagt hat, ist Rivela auch gesund für Sie und löst auch Ihren Durst. Ja, also denken Sie daran, bei Ihrem nächsten Einkauf im Kotbladen, Rivela Rot und Rivela Blau, gibt es zu den gewohnt günstigen Kotpreisen. Und jetzt habe ich Ihnen noch einen Tipp für den nächsten Sonntagmorgen. Machen Sie es doch einfach wie die Amerikaner. Die sagen sich nämlich No Breakfast. Also kein zum Morgen, aber auch kein zum Mittag, kein Lunch. Dafür gibt es einen zünftigen Brunch. Ja, und so ein Brunch, der ist ja schnell angerichtet und es ist alles da, was es braucht, damit es so einen richtig zufriedenen Sonntag gibt. Und es ist auch schnell und günstig gepostet in der Nähe. Natürlich bei GOP. GOP Bäckermeister bringen täglich über 140 verschiedene Brotsorten, ofenfrisch, in die GOP-Laden. Die Floral-Bvorzugsbutter bei GOP, das ist ein reines Naturprodukt aus pasteurisiertem Rahmen. Mit der Midi-Frutina streichen Sie garantiert die fruchtigste Konfitüre auf Ihres Brot. Oder das feine Delikatesse-Kneckenbrot vom Roland aus frischem Roggenmehl. Eine moderne Spezialität bei GOP ist der Hirzhüttenkäse. Luftig und körnig. Und auch die knusprigen Kellogg's Cornflakes, die dürfen natürlich an keinem richtigen Familienbrunch fehlen. Sie sehen, GOP hat alles bereit für einen feinen, guten Brunch. Und wie gesagt, alles zur günstigen GOP-Preise. Also, denken Sie daran morgen in Ihrem GOP-Laden. Wir wünschen Ihnen jetzt schon einen richtig zufriedenen Brunch-Sontag. Und jetzt achten Sie noch auf GOP-Aktionen. Ja, es lohnt sich. Bis zum nächsten Dienstag gibt's bei GOP. 1 Kilo Vitamin-Risse Meteor Parpoilt für nur 1.60 Franken. 800 Gramm Lyoba-Fondue fixfertig für nur 6.20 Franken. 1 Liter GOP Mineralwasser statt 45, nur 35, plus Depot. Und Jaffa-Tempeline im Netzli. 1 Kilo für nur 2.40 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. 1 Kilo Chiquita-Banane kostet nur 1.60 Franken. Ein Tiroler-Cake statt 3.50 Franken nur 2.90 Franken. Und als aktueller Preisschlager das Herrenhemb aus reiner Baumwolle für nur 12.50 Franken. Profitieren Sie von diesen Angeboten in Ihrem GOP-Laden. Auf Wiedersehen!